Guten Abend miteinander. Je nach Jahreszeit sind bei GOP immer mindestens zwei bis drei Herdöpfelsorten erhältlich. So können Sie für jedes Gericht jeweils den passenden Kochtyp unter den für die Ernährung so wertvollen Knollen auswählen. Sechs für eine Lionen-Spezialität, eine herzhafte Röste oder einen linienfreundlichen Salat. In Bernbiet in der Umgebung von Betterkinder wird zurzeit die frühen Sorten Sirtema geerntet. Trotz dem Einsatz von modernsten Maschinen braucht es auch da noch viel aufwendige Handarbeit, bis die Herdöpfel nach Kaliber und Qualität sortiert und alte Knollen, Kraut und Stein entfernt sind. Sirtema gehört übrigens zum Kochtyp B. Das heisst, sie ist ideal für Röste und zum Brötchen aber weniger gut für Pommes frites und Herdöpfelstock. Mehr Interessantes und Wissenswertes zum Thema Herdöpfel enthalten die Broschüren, die jetzt in Ihrem GOP-Pladen erhältlich ist. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar günstige Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP zwei Dosen an 365 Gramm Champignons de Paris statt 3 Franken nur 2,20. Die 16er Packung Goldstaff Fischsticks statt 4,20 nur 3,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag das Kilo italienische Nektarine für nur 1,50. Anschliessend noch ein interessanter Preisabschlag. Ein Liter Coop Grape oder Grape Light kostet nur 75 Kappen. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!